Der Home-Bereich im SkyQ-Menü ist dein zentraler und persönlicher Anlaufpunkt. Hier findest du alles für dich wichtige vereint. Home erreichst du direkt mit der Home-Taste deiner Sky-Fernbedienung. Unter Home findest du persönliche Empfehlungen. Freu dich auf spannende Programmtipps ganz nach deinem Geschmack. Lass dich einfach inspirieren. Unter Fortsetzen findest du alle deine Serien und Filme, die du noch nicht zu Ende gesehen hast. Setze deine Sendung einfach dort fort, wo du vorher aufgehört hast. Über alle Geräte hinweg. Über Home hast du auch direkten Zugriff auf deine neuesten Aufnahmen. Oder gehe auf den Menüpunkt Aufnahmen. Hier kannst du alle deine Aufnahmen ansehen, löschen und versehentlich gelöschte einfach wiederherstellen. Um Zeit zu sparen, kannst du auch die Sky-Taste drücken. Sie bringt dich direkt zu deinen Aufnahmen. Du willst sehen, was sonst noch alles läuft? Dann schau dich einfach in den verschiedenen Menübereichen um. Serien, Filme, Sport, viel Spaß beim Entdecken. Übrigens, mit der Zurück-Taste kommst du jederzeit zurück ins laufende Programm. Du hast etwas Bestimmtes im Kopf? Dann drücke die Lupe und nutze die Suchfunktion. Du möchtest noch schneller zu deinem Wunschprogramm? Dann nutze die Sprachsteuerung, um ganz leicht durch das Fernsehprogramm, deine Aufnahmen und das Menü zu navigieren. Für unsere kleinsten Sky-Kunden gibt es den Kids-Mode, der Sky-Cube in eine bunte, kindgerechte Oberfläche verwandelt. Mit Eingabe der Jugendschutz-PIN schaltest du den Kids-Mode ein und aus. Ist er eingeschaltet, haben du und deine Kleinen ausschließlich Zugriff auf Inhalte aus dem Kids-Bereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017